Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Lightroom Tutorial. Mein Name ist Stefanie, ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist und heute gibt es mal wieder einen kleinen Quick-Tipp in Lightroom und zwar wie ich ganz einfach eine Serie von Bildern in der Belichtung anpassen kann und das mit nur einem Mausklick. Viel Spaß damit. Du warst sicherlich schon mal irgendwann in der Situation, wo du viele Bilder gemacht hast, die du dann in Lightroom bearbeiten solltest und die irgendwie alle so zu einer Serie gehört haben und dann kann es natürlich passieren, dass die Bilder verschiedene Belichtungen haben und dementsprechend so ein bisschen immer angepasst werden müssen auf die anderen Bilder. Wie zum Beispiel in diesem Fall hier bei mir bei einer Hochzeit war das jetzt so, dass hier ich die Belichtung etwas unterschiedlich gemacht habe und dadurch sind die Bilder halt auch etwas dunkler oder heller geworden und dementsprechend, um die dann anzugleichen, müsste ich jetzt eigentlich in jedes Bild einzeln reingehen und dort die Belichtung manuell anpassen. Das dauert sehr, sehr lange, vor allem wenn man richtig viele Fotos gemacht hat, wie in meinem Fall, wir haben hier über 1000 Fotos geschossen auf dieser Hochzeit und die müssen irgendwie alle angeglichen werden und dementsprechend gibt es hier eine Möglichkeit in Lightroom, wie man das wirklich ganz, ganz schnell machen kann und das möchte ich dir jetzt mal zeigen. Ich habe jetzt diese drei Bilder hier einfach mal als Beispiel genommen. Ich gehe jetzt hier auf das Entwickeln Modul und dann wähle ich hier alle Bilder aus, indem ich das erste Bild anwähle und dann mit der Shift-Taste das letzte Bild anwähle und dementsprechend habe ich hier dann alle ausgewählt. Jetzt ist es ganz wichtig, dass hier das Bild, was die richtige Belichtung hat, quasi angewählt ist oder angezeigt wird. Also ich kann jetzt hier nochmal in die einzelnen Bilder reinklicken, die sind dann trotzdem alle angewählt, aber ich kann jetzt quasi das Bild aussuchen nochmal, welches dann quasi die Belichtung vorgeben soll für alle anderen Bilder. Und jetzt müssen wir nur noch hier in das Menü reingehen, auf Einstellungen und dann auf Belichtungen angleichen. Und was jetzt passiert, bumm bumm, ganz automatisch, siehst du hier unten, jetzt haben alle Bilder die gleiche Belichtung. Und das hat Lightroom jetzt ganz automatisch gemacht. Du siehst jetzt hier auch auf der rechten Seite in diesem Entwickeln Modul, dass hier die Belichtung jeweils angepasst wurde und das voll automatisch. Das heißt, man muss jetzt nicht in jedes Bild einzeln reingehen, um hier die Belichtung anzupassen, sondern man sucht sich ein gutes Bild raus, wo die Belichtung passt und dann kann man den Rest hier quasi automatisiert ablaufen lassen. Das ist eine sehr, sehr coole Sache, wie ich finde. Du kannst jetzt natürlich in jedes Bild einzeln reingehen, den Kontrast noch verändern und so weiter. Aber um jetzt hier erstmal eine Basis zu schaffen, dass wirklich alle Bilder gleich gut belichtet sind oder einfach eine identische Belichtung haben, dafür ist dieser Trick am Anfang sehr, sehr wertvoll, um viel Zeit zu sparen. Ich hoffe, dir hat der Trick oder der Quick-Tipp gefallen. Wenn dem so ist, kannst du gerne einen Daumen nach oben geben. Wenn du noch Fragen dazu hast, kommentier gerne unten unter diesem Video. Und ansonsten, wenn du es noch nicht getan hast, abonnier natürlich den Kanal für weitere Videos und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin, ciao und viel Spaß beim Bearbeiten und Fotografieren.